Der Medizinkonzern Danaha hat während der Covid-19-Pandemie mit Diagnosegeräten und Analyseprodukten seine Gewinne steigern, sogar deutlich steigern können. Jetzt mit dem Ende dieser Covid-19-Pandemie fällt er etwas zurück auf ein normales Maß. Wir schauen uns das gleich mal genauer an, aber vor allem mit dem Ziel ist jetzt ein guter Einstieg bei Danaha. Wir von Trading Brothers zeigen, wie wir das jetzt machen. Gut und wie ihr das kennt, steigen wir ein mit dem Big Picture. Schauen also mal so richtig aus der Vogelperspektive auf die Aktie drauf und das, was ihr hier seht, das ist der Klassiker für etwas, was man in seinem Investitionsdepot haben will. Die Aktie geht von links unten nach rechts oben. Das ist der Grund, warum wir sie in unseren Investitionen schon seit Jahren mit dabei haben und jedem auch empfehlen, sich zu überlegen, gerade beim Start diese mit in sein Portfolio, zumindest als Überlegung mit reinzunehmen. Und wie ihr an der roten Fläche unten seht, die werden wir noch gleich genauer besprechen. Handelt es sich gerade um eine gute Einstiegsgelegenheit? Und wenn dich generell Aktien interessieren, dann schau mal unter dem Video, unser Investitionsdepot für Starter. Da haben wir noch ein paar Kandidaten für euch. Aber für diejenigen unter euch, die vielleicht da nachher noch gar nicht kennen oder noch gar nicht so gut, Eric, erklär doch den Zuschauern mal, was da nachher eigentlich ist. Also, da nachher ist unser Medizintechnik-Spezialist aus den USA schon länger bei uns dabei im Investitionsdepot. Danach gründet sich hauptsächlich auf drei Sparten. Das ist einerseits die Biotechnologie-Sparte, dann die Life-Science-Sparte und die Diagnostik-Sparte. Was das genau bedeutet, das erzähle ich auch später nochmal genauer. Wie groß ist denn nun zum Beispiel da nachher im Vergleich mit anderen, hier in dem Fall US-Ninem? Also DHR, da nachher, hat eine Marktkapitalisierung von 187 Milliarden US-Dollar. Als Vergleich, eine ihrer Hauptkonkurrente in dem Segment ist Thermo Fisher Scientific, 222 Milliarden US-Dollar schwer und Abbott Laboratories mit 197 Milliarden US-Dollar. Danach hat ein ganz besonderes Konzept, wie Sie Ihren Konzern führen. Das Danach-Label prangt sozusagen nicht auf Ihren einzelnen Produktesuntersparten. Da nehmen Sie einzelne Untersegmente, Unterfirmen mit, also Tochterfirmen mit, die Sie entsprechend zukaufen und eben auch weiterentwickeln und eben auch kontinuierlich weiterentwickeln. Sie haben ja dieses Modell, das auf dem japanischen Kaizen-Modell beruht, wo Sie sich eben auf die Leute konzentrieren, planen Prozesse und Performance und das ständig übereinander iterieren und überlegen, was können wir kontinuierlich verbessern. Das heißt, Sie kaufen aber auch Unternehmen dazu und wenn sie nicht mehr passen, dann werden die entweder verkauft oder auch ausgegliedert, was Sie eben auch wieder mal im Herbst 2023 gemacht haben. Das werde ich auch nochmal später nochmal genauer erklären, was das überhaupt bedeutet oder wie sich das auswirkt. Gut, kommen wir mal zum Jahresbericht 2023 von Danach. Danach hat ein kleines Problem, das war jetzt der Corona-Erfolg, sage ich mal. Im 2021 und 2022 hatten Sie sehr starke Umsätze gehabt und Umsatzzuwächs und eben auch Gewinne gehabt. Nun ist die Corona-Pandemie allerdings vorbei, leider für Sie in dem Fall sozusagen. Und das heißt, die Umsätze gehen leider etwas zurück. Q4 2023 minus 10% und aus ganz Jahr gesehen eben minus 10,5% der Umsatz. Das ist schon eine Hausnummer, das ist schon was. Aber was als zweiter Faktor eben auch da reinspielt, ist, Sie haben einen Spin-Off gemacht, Stichwort Veralto. Das war Ihre Umwelt- und Ihre Umweltsparte. Das waren auch ungefähr 15% von Umsatz insgesamt. Und das schlägt sich natürlich insgesamt aufs Ergebnis nieder. Wie ich vorhin erwähnt, gehe ich nochmal ganz kurz auf Ihre drei Sparten ein. Das wäre jetzt einerseits die Biotechnologie-Sparte, die Sie letztes Jahr neu firmiert hatten. Also die Sparte ist neu. Die Unternehmen, die dahinter stehen, Stratyver, PAL, Life Science, die sind nicht neu. Die hatten Sie schon länger im Programm gehabt. Dann haben wir danach Life Science, also zum Beispiel OP-Mikroskope. Hier sehen wir auch Namen, die wir, also ich zumindest, kenne Leica Microsystems. Leica kenne ich von Kameras, aber eben Microsystems eben auch zum Beispiel OP-Mikroskope. Dann in der dritten Sparte ist die Diagnose-Sparte und mit, da sehen wir auch wieder, Leica Biosystems zum Beispiel. Aber wichtig für Sie hier, Cepheid. Cepheid produziert PCR-Testgeräte und das haben wir natürlich in den letzten zwei, drei Jahren häufig benutzen dürfen. Oder Sie hätten es gut verkaufen können, eben wegen der Corona-Pandemie und für unsere Corona-Tests. Kommen wir zum Gewinnfluss bei Danaher, hier aus dem Aktienfinder. Wir haben hier unsere drei Sparten, Diagnose, Biotechnologie und die Life Sciences. Und man kann, es sticht jetzt für mich hier keine Sparte explizit hervor. Es ist ungefähr gleichgewichtig, also jeder hat ungefähr ein Drittel des Umsatzes mit generiert. Dann haben wir natürlich ein Ersatz ein, auch ein polizierender Betrieb. Ihr müsst diese technischen Geräte natürlich herstellen. Jetzt habt ihr Material und entsprechende Lohnkosten. Auch ein Teil geht davon ab, vom Umsatz oder vom Gewinn in die Forschung und Entwicklung. Ihr müsst die Geräte natürlich weiterentwickeln. Und Marketing und Vertrieb ist natürlich wichtig. Trotzdem, am Ende Nettogewinn hier knapp 5 Milliarden US-Dollar. Das ist eine gute Hausnummer. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal in den Regionen an. Also wo verkaufen sie jetzt ihre Produkte? United States 10 Milliarden knapp. Das ist natürlich auch der Heimatmarkt und damit auch der Hauptmarkt. Aber Europa mit 5,5 Milliarden auch nicht schlecht. Und natürlich hier die High-Growth-Marke. Das wird wohl hauptsächlich Asien sein. China ist gesondert aufgeführt. Aber auch da wird wahrscheinlich gewachsen werden, weil Chinesen, wie ihr wisst, weit über eine Milliarde Einwohner, die wollen auch behandelt werden. Die gute Gesundheitsversorgung genießen. Dann noch ein Blick auf die Fundamentalbetrachtung bei Danahher. Hier im Qualitätscheck haben wir 12 von 15 Punkten. Das ist immer noch sehr gut. Wir verlieren hier leider ein paar Punkte an der Wachstum und Stabilität, besonders Umsatzwachstum 5 Jahre und Stabilität, Umsatzwachstum 5 Jahre. Aber wie ich schon erwähnt, das sehen wir jetzt hier auf der linken Seite im Umsatzdiagramm 2021 und 2022. 2022 war ein überproportionales hohes Umsatzwachstum und auch eben Gewinn zu verzeichnen gewesen wegen der Corona-Pandemie. Und das fällt jetzt auf ein, sage ich mal, eher normaleres oder zu erwartendes Niveau zurück. 2023, das gibt ja die Punktabzug. Dann auf der rechten Seite, in den Basisfaktoren sehen wir, was natürlich für uns in unserem Investitionswirkus besonders wichtig ist, ist eben die Qualität, 79 Prozent, also sehr gut. Volatilität, 75 Prozent, das ist auch gut. Das heißt, Schwankungsintensität ist deutlich geringer. Genau das wollen wir haben. Und ja, auf der linken Seite sehen wir noch mal ganz kurz den Kursverlauf. Hier sehen wir auch schon, in den letzten Jahren oder Monaten hat der Kurs ein bisschen nachgegeben, es hat ein bisschen auskorrigiert, zieht aber besonders in den letzten Wochen wieder deutlich stärker an. Und das könnte für uns auch eine Einstiegschance bedeuten. Das schauen wir uns jetzt mal gleich im Fair Value an. Und Falk wird dazu auch noch ein paar Worte sagen, wie das dann genau im Chart aussieht und in der Statistik. So, dann hier das Fair Value. Die schwarze Kurve ist in dem Fall der Kurs von danach her. Und wir sehen hier schon, gegenüber den anderen fünf Fair Values, zum Beispiel Dividende, in blau, liegt der Kurs über vier Fair Values und unter einem fünften, nämlich eben der angesprochene Dividende. Damit kriegt danach von uns eine Score von nur einem Punkt. Das heißt, danach ist immer noch überbewertet, verglichen mit den Umsatzzahlen. Aber trotzdem eine, wie ich finde, immer noch brauchbare Einstiegschance, wenn man noch andere Sachen in Betracht zieht. Ja, sehr interessant. Danke dir, Eric. Jetzt wissen wir ganz genau, wie danach aufgestellt ist und wie es dann im Prinzip eigentlich schon auch mit der Bewertung einhergeht. Und das will ich jetzt nochmal charttechnisch in den Gesamtkontext einbinden. Und da beginnen wir nochmal im Big Picture. Da will ich ein paar Punkte zeigen, die vielleicht nicht jedem bewusst sind. Also, danach hier in einer Auswertung seit 2000 im Vergleich zum S&P 500 und zwar mit Dividenden, zum MSCI World und auch zu unserem DAX mit Dividenden, macht danach eine grandiose Outperformance. Ich habe euch das mal auch ausgewertet. Und mit 15% im Schnitt pro Jahr ist sie so gut wie doppelt so gut wie der Gesamtmarkt. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Aktien im Depot haben wollen. Die machen einfach langfristig den Unterschied. Und immer dann, wenn sie eine gewisse Rückläufigkeit zeigen und das Geschäftsmodell an sich ja noch nicht komplett auf den Kopf gestellt wurde, ist das eine Einstiegsgelegenheit. Und du hast die Corona-Pandemie und ähnliches schon gezeigt. Wir hatten eine Trendbewegung. Und diese Trendbewegung ist in eine massive Beschleunigung übergegangen. Das hier war damals der Corona-Rücksetzer. Davon haben sie profitiert durch PCR-Geräte, Ausrüstungsgegenstände. Du hast es genau erklärt. Und das, was die gerade machen, ist eigentlich nichts weiter als ein Konsolidieren auf hohem Niveau. Und sie erfinden sich in dieser Phase auch neu. Von daher bleibt das insgesamt als Geschäftsmodell interessant. Und wenn man mal seit der Finanzkrise das auswertet, konnten sie sogar über 20% im Jahr zulegen. Ich habe es ja selbst im Depot. Da macht danach in den letzten Jahren wirklich viel, viel Freude. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir da nachher in unser Investitionsdepot für Starter genommen haben. Diese Aktie ist geeignet für jedermann, der überhaupt ein Aktienfundament, ein solides aufbauen möchte. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer hinein. Ist denn jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit? Und den Chart, den ihr gerade gesehen habt, den dröseln wir jetzt mal ein bisschen auf. Und das sind die Daten, die dahinter stehen. Aber mal anders dargestellt, das ist die sogenannte Monatsmatrix. Und hier unten seht ihr dann, dass die Jahre 19, 20, 21 außergewöhnlich starke Jahre für Danahe waren. Unter anderem haben sie damals unsere Investitionsdepots auf Allzeithochs getrieben. Wir haben uns damals ziemlich gefreut. Aktuell, ich sag mal, schwächeln sie etwas, gehen etwas zurück. Man sieht es, aber du hast es auch im Momentum gerade gesagt, sie ziehen dieses Jahr wieder an. Und wir berechnen daraus jetzt mal eine Saisonalität. Bei diesen super trendstarken Aktien geht die Saisonalität natürlich auch von links unten nach rechts oben. Und das ist eigentlich schon die Hauptmessage. In diese Aktie kannst du fast immer einsteigen. Sie verzeiht Fehler und Korrekturen treten eigentlich nur in starken Krisenphasen auf. Wo der Gesamtmarkt zurückläuft. Rechnen wir jetzt hier mal den Trend heraus. Dann sieht man, wenn man will, vielleicht leichte Optimierungsbereiche. Einmal jetzt im März. Da sind wir genau jetzt. Und manchmal ist es auch ein bisschen besser, wenn man überhaupt den Einstieg sucht, auf den September, Oktober zu warten. Das Problem dabei ist, die Trefferquoten sind relativ gesehen ausgeglichen und die Korrekturphase, die sich daran anschließt, ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Deswegen sieht ja der Chart aus, wie er ist. Und jetzt verknüpfen wir das Ganze mal mit dem Chartbild. Wir gehen zum ersten Mal in den Monatschart. Also so richtig aus Investorensicht und damit meine ich die Großinvestoren. Die Richtung stimmt. Das sieht man hier. Ganz klassische Trendfolge. Da brennt überhaupt nichts an. Das ist ein Chart von 1980. Und ihr könnt verschiedene größere Korrekturphasen hier erkennen. In einer solchen sind wir auch gerade drin. Aber danach mit seinem guten Management ist ein Meister drin, diese Phasen dann irgendwann auch zu beenden und in neue Phasen überzugehen. Schauen wir darunter mal auf meine oder auf unsere TB Intermarket Indikatoren. Die zeigen an, ein überbewerteter Bereich ist abkorrigiert worden. Die Indikationen steigen nach oben. Und das deutet eine neue Trendbewegung an. Aus Investorensicht also alles gut. Jetzt zoomen wir da etwas rein und gucken uns diese Korrekturformation hier mal genauer an. Da seht ihr, da können wir zwei Muster erkennen. Das eine wäre der klassische Trendbruch. Also eine Korrektur, der Abwärtstrend ist da. Und wie man schön sieht, das Ganze ist zur Oberseite schon ausgetreten. Wir sehen einen Fehlausbruch zur Unterseite. Und wer so ein bisschen Erfahrung mit Korrekturmustern hat, kann ein solches abfallendes Dreieck mit klassischerweise starkem Eintrittsmoment hier auch erkennen. Und das ist per se ein Trendfolgekorrekturformationsszenario, das schon ausgebrochen ist. Also der Einstiegsmoment ist schon gegeben. Wer genau hinschaut, weiß und sieht, möglicherweise ist eine gewisse Rücksetzerformation hier noch zu erkennen. Und dann kommt der eigentliche Trend. Also als Investoren, wir haben Positionen am Laufen, kein Problem. Jetzt messen wir mal aus, wie weit ein Rücksetzer hier wahrscheinlich wird und zoomen dazu mal vom Wochenchart in den Tageschart hinein. Da sieht das so aus. Gute Zahlen, gute Zahlen, gute Zahlen, gute Zahlen vorgelegt. Demnächst kommen am 18.04. gute Zahlen. Wir haben einen sehr steilen Trend. Der ist aktuell im Tageschart etwas überhitzt. Der Trend an sich scheint hier schon etwas gebrochen, dass die Saisonalität spricht nicht für eine größere Korrektur. Und da möchte ich jetzt mit euch mal charttechnisch dran gehen. Diesen Trend, den ihr hier seht, den kann ich euch mal eintragen, der ist sehr steil. Wenn der jetzt sich etwas abkühlt und wir sehen hier ein markantes Tief und das geht bis hier runter, dann habt ihr ja immer noch einen intakten Trend. Und dann wird diese Trendlinie einfach etwas, ich sage mal, moderater gesetzt. Das ist bei den Trend oder Trenddefinitionen per Chartlinie normal. Und dieser Trendbruch deutet das mehr oder weniger an. Wir reden hier von einem Potenzial zwischen 5 und 8%. Machen wir also ein Fazit draus. Danach der Laden läuft. Der Trend ist aktuell intakt. Er ist im mittelfristigen Bereich leicht überhitzt. Statistisch gesehen kommt die Aktie damit gut zurecht. Wir würden also Investitionsdepots oder Positionen laufen lassen. Sollte uns die Aktie aber einen Rücksetzer zeigen, uns die Gelegenheit bieten, 5 bis 8% würde ich auf jeden Fall zugreifen. Und dann könnte das sogar theoretisch für den einen oder anderen interessant werden, der vielleicht ein bisschen knackiger mit einem Berivat dort zugreifen möchte. Also, wir können jetzt mal die Aktie, die Aktie und die Aktie mit einem Beratung machen lassen. Das ist ein paar Minuten. Also, wir können jetzt die Aktie, die Aktie, die Aktie hat einen Rücksetzer zeigen.